Es startet. Das Alter kommt. Und das dachte mir so ganz daneben ist es nicht. Ewig fliegt man nicht als Falter. Eines Tages kommt das Alter. Aus dem Falter wird die Falte. Aus dem Jüngling wird der Greis. Aus dem Schnucki wird die Alte. Ewig ist nur der Verschleiß. Gestern noch mit flotten Flügeln. Heute sind die Runzeln da. Da hilft kein Kosmetisch-Bügeln. Da hilft keine AOK. Soll man flennen nun und jammern? Soll man nun mehr ausgeschirrt? Weil man nun mal ausgeschirrt? Soll man sich an Feuer klammern? Weil man täglich älter wird? Ist in dieser engen Runde auch die Welt nicht mehr so bunt? Denke auch die Abendstunde hat noch immer Gold im Mund. Seid vom Alter nicht so feige. Ändere einfach dein Programm. Spielt man nicht mehr erste Geige, bläst man eben auf dem Kamm. In welcher Zeitung war das? In welcher Zeitung war das? In welcher Zeitung war das?